Sie. Ähhhhhh... Biss. Na, reicht fast. Und Level Up haben wir hier dann auch hoffe ich mal. Denn so langsam habe ich keine Lust mehr auf Shiloh, ob ich mehr Tortok habe. Ein Mautzen. Hm. Senkt doch den Angriff. Interessiert nicht. Bringt die trotzdem fast um One-Hit. Wow. Mom. Nächster bitte. Ja, da ist der Vorteil von Biss, der lässt sich nichts rumschrecken. Ist ganz praktisch. Topo geil. Warum? Blumen. Okay, Evoli ist in Ordnung. Hoffe ich. Ich hoffe, dass es schaden macht. Kann aber wenigstens passieren. Jo, passt. Was haben wir denn hier? Hä? Was? Hä? Moment. Seien wir mal links. Aha. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin soll. Haha. Nett. Hi. Hm. Interessant. 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 Hm. ein Tauburger naja wird ein bisschen eng gerade aber passt schon naja passt nicht mehr passt doch cool ähm ich bleib natürlich nicht drin schiebe ich mir mal mein eigenes Tauburger rein wow und ein Ibita oh Ibita Ibita ist cool vor allem weil es stark sein kann Bohrschnabel unter anderem was ist aber grad nie점ig Geschichte Naja DööööööööOW Yuhu level 35 und auch 100 Kpp Ganze dann sieht man wieder dass Tauburger äh Taubsie auf jeden Fall den besseren Base Wert an KP hat als äh, Kleinstein ups wieder falsch wieder falsch muss ich sagen, ich habe ein Fahrrad irgendwo hier rum Tag ah, bin ich mal gespannt, was das ah, verdammt, ich habe nicht geheilt, oder? ah, ah ah nein, habe ich das, finde ich nicht meint es jetzt im Kampfheil finde ich besser, weil habe ich die blöde Animation nicht wow gib eh, wer will Wind ok, Evoli, du machst es jetzt, wenn du nicht wenn nicht, dann ist wurscht ok, dann heul ich es einfach zu ähm ja töter 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 so ja, danke ähm Torbora, wieder rein ah, verdammt, Torbora arg egal macht nichts, macht Torbora den Kampf halt vielleicht habe ich Torbos am Ende, das wäre schön ab habita naja nicht ganz so gut, ne macht nichts tot nächster ah, verdammt der kleine Bruder vor Tauboga tot und noch ein Ibitak naah, Mann falsch umgedrückt die Tasten an an Angriffsdenken bringt absolut nichts hier weg da war ich wohl etwas sehr optimistisch was äh äh 36 naja macht nichts da hab ich wollte das Schild äh nein hab ich nicht hab ich das schon bekommen weiß ich gar nicht ähm ist mir auch wurscht ich brauch kein Fliegen jedenfalls nicht so ausläufig ok da mein Gehirn äh nicht grad so schnell meine Hände naja soo Bodo ist auf weg noch ein Ibitak na gut Vogelnschlag ist nicht das beste jetzt aber Aquaknare macht anständig Schaden muss ich sagen aber Aquaknare macht anständig Schaden muss ich sagen das mal passt das schon das mal passt das schon und Level Up sehr schön äh Schild lesen genau guten Tag und nach dem Kampf werde ich abstand so werde ich dann so handeln dass ich jeden Kampf beschleunige weil es dauert mir einfach zu lange und ich glaube das ist in eurem Sinne weil einfach hier sitzen wie ich stundenlang irgendwelche Tränen aus dem Weg schlachte ist das sicherlich auch langweilig deshalb ach scheiße ah da 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 ist die Schnelltaste mach ich das ab jetzt schon so ja obwohl vom Sound ist es nicht das beste muss ich dazu naja super danke vom Sound ist es natürlich nicht das beste ok dann mach ich es anders ab jetzt in Fuchsania City ist hoffentlich jetzt hier Gott wie viele Trainer gibt es denn hier noch kann man das alle sagen so ich das